Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ankündigung für den nächsten Livestream, der auch schon heute Abend mal wieder stattfindet. Ab 20 Uhr geht's los, wie mal auf Twitch. Und heute Abend möchte ich mir mit euch gemeinsam das Spiel Endzone A World Apart anschauen. Ein Survival-Aufbauspiel, das am Donnerstag rausgekommen ist, oder besser gesagt in den Early Access gegangen ist, stammt vom deutschen Entwicklerstudio Chantley Mad Studios. Die sind unter anderem auch bekannt für die Entwicklung von Pizza Connection 3, von dem Spiel. Ja, und da bin ich schon sehr gespannt, wenn wir heute Abend gemeinsam ums Überleben kämpfen werden, denn das Spiel hat's echt in sich. Sauerer Regen als auch die gefährliche Strahlung werden uns da zu schaffen machen. Und noch dazu gibt's auch Dürreperioden, so wie Sandstürme. Also da kommt mächtig was auf uns zu. Macht's gut, bis später um 20 Uhr. Servus.